Alles könnte anders sein, aber eins ist sicher, die ist eine Weltklappe. Wenn ich woanders geboren bin, würde ich hoffentlich trotzdem Musik machen. Ihr wollt mehr über mich erfahren? Dann schaut euch dieses Video weiter an. Hey, ich bin Sumina. Vor 20 Jahren bin ich in Zürich, der Schweiz geboren. Da bin ich auch aufgewachsen, als Tochter von Musikereltern, einem Schweizer Vater und einer japanischen Mutter. Mit fünf Jahren fing ich an, Bionine zu spielen. Und jetzt lebe ich in Berlin und studiere bei Antje Waldhaus. Ich habe solches Glück, dass ich mein liebstes Hobby in einen Beruf verwandeln konnte. Ich glaube wirklich, dass Musik die Welt nicht nur verschönert, aber auch verbessert. Deshalb bin ich Musikerin. Die Geige ist wie eine Stimme, mit der ich mich ausdrücken kann. Tonali hat die Mission, Musik zu verbreiten, Kultur zu fördern und vor allem zu teilen. Deshalb mache ich bei Tonali mit. Eine der Orte, an denen ich mich am wohlsten fühle, ist die Natur. Die Natur klingt wie Musik in meiner Ohren. Ich gehe sehr gerne wandern oder Skifahren, aber eigentlich mache ich nicht so viel Sport. Ich esse sehr gerne und deshalb backe und koche ich am liebsten. Sumina in einem Wort. Entwappnet. Sumina is beautiful, not only as a musician, but also as a human being. We have one word, ich, to describe Sumina. Hier ist ich. Paganini. Five. Five. Meine Tochter Sumina inspiriert mich immer wieder. Für Sumina, I would describe her with the word, honest. Schon als Kleines Kind hat die Sumina viel Energie. I would describe Sumina with the word, determined. Sie ist scheinbar. Du liebst das in See sport. Kompetenat Sure. K Bab im Keller. K include Per inexperiencia ver Force. Ich führe dir��.